hallo liebe freunde der gepflegten unterhaltung und hallo und herzlich willkommen liebes youtube universum wahrscheinlich war es nur kurz ein kleiner cut oder es ist jetzt ein neuer folgenanfang daisy wie gesagt ein bisschen buggy noch und die selber kacken ab und zu mal ab aber das ist ja nicht schlimm wir können ja immer restarten wer bist du denn hallo ich bin jani meter schon wieder der ding hat uns verlassen der franken hat uns verlassen in der letzten aufnahme oder beziehungsweise gerade eben hat er uns verlassen holz holz wir können jetzt ein feuer machen sascha nein doch ja was machen wir mit einem feuer keine ahnung uns dransetzen und denken wir werden cool ok und alte lagerfeuer geschehen machen wir nachher da ja genau wir hocken uns da nach oben kurz mal hin ich bin jetzt bei der kirche ok gemacht wir dürfen nicht sterben wo bist du denn da bist du ja direkt hinter dir wo ist denn hier der eingang von der kirche da vorne direkt rechts von dir ein bisschen schiss ein bisschen schieß hast du auch schießt sascha ich habe immer schiss es ist ein hartes leben ein hartes pflaster hier in daisy hast du gerade eben was habe ich eben kurz was es ist wirklich extrem hart hier und immer wenn ich denke es geht nicht mehr kommt von irgendwo ein lichtlein wer redet wie redet da hat es doch kurz geredet hier gerade etwa so ja gehen wir mal hier rein junge ok ach so wo bist du jetzt schon wieder hin ja du hast doch gesagt wir sollen hier rein ach so ja ich habe halt ein anderes gebäude gemeint aber hier ist die brechstange kann ich mitnehmen kann auch das ist eine gute idee wo denn im feuerwehrhaus hier ja ich sehe dich warte ist das irgendwas hier ich gehe mal hoch was ist denn das ich brauche einen rucksack immer noch ja ja befinden wir schon portable gas lamp und baret eine gaslampe habe ich oder sowas ähnliches wow cool net ähm wo ist das jetzt hier ne zange ja ne zange aber ich weiß nicht was man damit macht dosen aufmachen kann man damit echt ja ja dann nimm mit ich habe zwar einen dosenöffner aber ach du hast einen dosenöffner ja ich tue die spritze mal weg obwohl brauchen wir äh die batterie brauche ich glaube nicht ne aber das ah doch kann ich ok perfekt gut passt ich bin ausgerüstet außer noch ein rucksack wäre schön halt ja die haben hier schon gewütet wieso ich habe hier holz ne weapon cleaning kit ja hab ich auch schon zwei hast du mir das jetzt weggenommen ne 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 du bist einfach despawnt gut wo bist du denn ich bin hinten raus da ah ok ähm schauen wir mal ob da hinten in den gebäuden noch was ist da schauen manche nicht ja wie gesagt ein rucksack wäre halt geil ne da ist auch noch unten links gell hier kommen wir kurz oh ja und woher weißt du das das weiß man halt irgendwann ich bin voll und ich hab mal die augen auf oh da rennt einer da sind welche gerannt zwei ja sag ich bin hitrated alles klar oh 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 stopp stopp die waren abgeschossen die zombies ja wir hier rüber auf die andere seite siehst du mich ja ja ich hab dich gesehen ich sehe dich weg von hier ein bisschen schiss sollen wir hier mal reingehen obwohl das war offen ja ich glaube die jungs hier haben relativ gut gelootet da hinten da hinten findet man manchmal auch da ist einer ah das ist ein zombie du läufst da direkt auf den zombie zu ja die ballen da hinten rum sag mal ja ich hör's mir läuft ein zombie glaub hinterher ja mir läuft ein zombie hinterher ich mach ihn komm rein hinter dir ich bin direkt hinter dir jetzt jawohl hat der irgendwas bei sich nee die haben noch nix achso was ist denn da oben nochmal ein hut ein angler hut boah alter hier sind viele leute man wir müssen aufpassen wir sollten hier so schnell wie es geht wieder raus was ist das ich hab jetzt nämlich nochmal einen anderen Schuss gehört ja aber das könnte auch der gleiche gewesen sein ne das ist ein anderer Schuss ich bin wieder raus ich bin oben da oben liegt ein Paket Muni glaube ich 0,22er was auch immer das ist ok wir sollten hier raus Sascha hol mal bitte deine Waffe raus die ist draußen achso du meinst in die Hand nehmen ja ok hab ich ich geh hinten raus wo ist bei dir hinten ok ich komm auch da nach rechts dann gehen wir mal da hinten lang hinter dir rennt ein zombie hier ja lass ihn lass ihn solange man hinterher rennt ist alles ok solange man nicht in den nacken beißt ach dann können wir die da bannern schon übel was haben die denn für gewehre das ist ein M4 die eine das ist ein M4 die eine was ist schluss? das sieht ja aus Junge ich hab ein 2bein gefunden was ist ein 2bein? achso für ein Scharfschutzgeber ja aber das ist kaputt ja aber das ist kaputt hau hier gehts noch hoch ja hier gehts auch noch hier rein hat uns jetzt ein zombie gesehen ja hau dir ist einer hinterher Hilfe Hilfe oh kriegst du das hin? ja ja nicht schießen ich hab gedacht die halten nur einen Schlag aus ja mit der Axt hier nicht die Axt ist nicht so gut kann man die Schränke nicht öffnen ne? doch nicht wollen sie glaube ich einführen ich geh wieder hinten raus soweit sind sie nicht zum looten ne sind alles noch zu ne? mhm das borgt noch nichts in den Gebäuden achso echt? mhm woher weißt du das? irgendwann weiß man das obwohl okay kann schon sein wo bist du jetzt eigentlich hin? in das Haus gegenüber das 2stücke von oben drin hey? achso gibts da was gescheites? ne gar nichts ok dann komm ich bleib ich draußen huah hä? da ist ein Zombie und hau ab von ihm ich seh dich kannst du den erledigen? ich versuch's ja ich lauf mal an dir vorbei lauf an mir vorbei ja jetzt gut sehr gut wir sind halt echt offensichtlich auf der Straße eh wir müssen irgendwo mal hin jetzt ja wir sollten in die Häuser oh der packt sich da drüber da ist nochmal ein Zombie hinter mir jetzt her und ich checke hier kurz das Haus vielleicht find ich dir ja was hast du Zeit dann musst du Zeit hören und zum Bieger richtig jetzt geht's auf die Schresen ok ich komme das sieht aus wie schlägt man denn? ich denke mal erst mit der Taste die Waffe hoch nehmen ok ah ok und dann schrauben bist du hier drin oder? ja hat aber nichts schwierig 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 was gibt's denn sonst noch wo man denn ein Schiffsfrag hat ja irgendwo in der Nähe ne? ja das ist relativ weit weg da hinten ist ein Industriegebiets hat man noch da gibt's oft ruchsegänzer ok warte wo bist du? links na links ist bei mir das Meer ja ja da bin ich auch ach so ach da bist du da in diesem roten Gebäude da direkt vor uns ja jetzt renne ich irgendwie schneller als du ja ja du hast keine Waffe draußen achso oh da rennt ein anderer Spieler wo? leg rechts von uns ein Zombie ah ok und hinter dir rennt auch einer her ne? also zwei sind jetzt hinter dir alter die springen ja jetzt hier hinter mir ist auch einer perfekt guck zu zweit kann man die Zombies da ist nochmal einer rechts aber kommt er ja nicht guck ob der mir hinterher rennt noch nicht aber ich das manchmal überlege ich alter ich auf mich wurde geschossen echt jetzt? ja ich bin bewusstlos was? sag dir mal hey was das soll wo ist der? wo ist der? red einfach Hilfe wie kann ich dir helfen? müssen wir hingehen und mich verbinden ich habe keinen Ballasen ich bin tot auf mich wird auf mich wird auch geschossen von wegen friendly server was ist bei denne? ich hole den mir ok einfach random geschossen was soll das denn? ne 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 der snipet ja ja schon ne aber der hat einfach auf uns geschossen ohne ansage und nichts nicht mal ein kooperationsversuch hat er uns zugelassen wo ist der? den hole ich mir alter weißt du von wo der geschossen hat? irgendwo Richtung dein haus auf jeden fall da kommt einer rennst du grad in den eingang zu dem haus zu dem roten haus ja ach bist du da gespawnt? ich sehe das noch im escape weißt du ich sehe noch meinen bildschirm bist du wieder rein gerannt? ja ja da rennen dir zwei zombies hinterher die kommen jetzt rein ich weiß bist du rechts wieder raus gerannt? ja ah ja versuch mal zu mir hin zu gehen ich hoffe wir das wahrscheinlich nicht schaffen ich bin bei dir ja dann hau kurz die zombies um iiii alter guck dir das an das problem ist halt dass die zwei zombies hinter mir sind ok das war vielleicht ein bisschen unvorsichtig da mitten auf der wiese rüber zu rennen aber wir hätten ja wohl anders reagiert wenn wir die angreifen hätten wollen dann wären wir ja nicht so hätten uns ja versteckt und irgendwie so und das ist einfach nervliche Frax die Spiele von der Welt siehst du noch im escape-modus wie die Zombies hier bekämpft? ne oh da kommt ein anderer ah das ist ja nochmal ein Zombie ah das hier ist drei Zombies hey wo bin ich ich mach mir nicht schwach kann ich mir die irgendwie die Axt von dir schnappen? ja kannst du ja aber ich würd sie erst umhauen die Zombies also ich Pumpe dafür nehmen nie oder? ne das ist zwei Schuss ich nicht riskieren oh god nein ich bin aus der Welt echt? ja das ist aber schlecht ich bin ganz rechts oben was weiß ich wie das heißt ha alter die fallen aber auch nicht um eh wow 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 der hat auf mich geschossen der Pisser alter der schießt auf mich fuck ich bin tot nein you are un... ah nein das gibt's doch nicht my arm is broken my arm extend pain I can feel blood dropping my body my leg is pain I think my leg is broken das war's ich bin bewusstlos ah schön friendly server ah das gibt's nicht das darf nicht wahr sein ich hab ja nichts gegen Banditen aber die sollten übrigens ja versuchen Banditen zu sein und nicht Team Deathmatch wenn die sein Zeug wollen dann können sie es auch kriegen ohne dich zu töten ja das ist ein bisschen scheiße um ganz ehrlich zu sein ich kann ja versuchen wenigstens irgendwie mit dir zu reden du musst neustart machen ne ja ich bin jetzt wieder gespawnt ja nein warte wo ich spawn vielleicht spawn ich ja ganz bei dir in der Gegend ja so ne kacke weißt du wie lange ich mit dem Charakter überlebt habe verhältnismäßig lang für das setz ein paar minuten zu wenig ja man kann nie lang genug gelebt haben in das setz ja das ist schon schon ärgerlich weil guck mal wir hätten vorhin den einen Typ da auch einfach umhauen können wo wir da weich den einen Typ da wo wir in das Haus reinkamen in die Polizei wo wir eine Waffe gefunden haben Moment da redet einer mit mir ich glaub der ist auch frisch gespawnt jetzt hängt mein D7 doch nicht der will dass ich ihn töte ja dann kenne ich halt dich in die Hände warum wollt ihr dass ich ihn töte das ist ein Respawns der ist wohl irgendwo am Arsch der Welt ok ich bin jetzt hier an so einem ich glaub das ist gleich ein Ortsschild soll ich dir sagen wo ich bin ja ok Moment guckst du auf die Map sofort das ist dasselbe wo ich vorher war das C O das P H E Y H B E I N wie hieß das nochmal Solnichi C O H E blink genau ich bin in Solnichi wieder ich spawn irgendwie immer da ja du musst jetzt so laufen dass es mehr rechts von dir ist ach muss ich wieder zurück ja aber diesmal in die andere Richtung ok wo bist du laufst du auf der Straße siehst du irgendeine Tankstelle ne ich loot noch achso ich versuche mir erstmal ein bisschen in der Ausrichtung wieder ranzukriegen ja dann probiere ich das jetzt auch mal in Solnichi erstmal bevor ich die jetzt hinterher renn ja ja auf jeden Fall erstmal schön was essen und so ah da sind drei Zombies hinter mir Mann das fängt ja genauso beschissen an wie das letzte Spiel aufgehört hat wo ist sie ein Compressor was ich hab ne Waffe gefunden gleich mal ne M4 wow aber ich hab keine Muni halt ja gut aber das ist ja vorerst mal wurscht zur Abschreckung reicht's na das auf jeden Fall oder wie kann das ich habe jetzt